Willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Es ist mal wieder Zeit für eine weitere Folge Hertha-News. Es gibt einiges rund um Hertha BSC zu besprechen und ich möchte heute vor allen Dingen über zwei Spieler sprechen. Ich möchte zum einen über Ayman Bakok sprechen und über Jeremy Dudziak, denn zumindest einer dieser beiden Spieler könnte uns am Saisonende direkt wieder verlassen. Deswegen würde ich sagen, verlieren wir gar nicht so viel Zeit und sprechen wir erstmal über Thema Nummer eins des Tages und sprechen wir erstmal über Ayman Bakok. Wir haben im Winter Ayman Bakok verpflichtet. Wir haben ihn ausgeliehen vom ersten FSV Mainz 05 und eigentlich war er für uns so eine Art Hoffnungsträger. Er sollte auf der 10 oder allgemeinen Mittelfeld endlich das spielerische Element reinbringen, was uns in der Hinrunde gefehlt hat. Aber man muss sagen, dieser Transfer hat sich relativ schnell von einem Hoffnungsträger zu einem Missverständnis entwickelt. Die Einsätze von Ayman Bakok waren einfach teilweise wirklich unterirdisch. Bereits neunmal hat er für uns gespielt und man muss die Bilanz ziehen, dass diese Laie sich absolut nicht ausgezahlt hat. Es waren teilweise wirklich gruselige Einsätze mit dabei, wo er ein wirklicher Fehlerproduzent im Mittelfeld war. Er ist eigentlich der Spieler, der vom Ball nicht zu trennen sein sollte, der immer ins Tempo geht, aber genau das tut er einfach nicht. Und ein Grund, warum er das nicht tut, ist auch ganz einfach die Position. Denn bei uns im Team, bei uns im Kader, hat er einfach noch nicht seine Position gefunden. Er wurde anfangs, ich glaube beim Spiel gegen Wien Wiesbaden, noch als Zehner eingesetzt und dann wurde er immer und immer weiter zurückgeschoben und musste dann seit dem Magdeburg-Spiel mit Boucher Larkis zusammen auf der 6 das ganze Spiel ausrichten. Und die Position passte einfach nicht zu ihm. So ehrlich muss man sein, Ayman Bakok hat bei uns in einigen Spielen einfach auf der komplett falschen Position gespielt. Und aus der 6 hinaus hat man eben gemerkt, was seine Schwächen sind, nämlich die Defensive. Defensive hat er unglaublich viele Schnitzel dabei gehabt. Sein Stellungsspiel war katastrophal und seine Stärken konnte er einfach nicht rausspielen. Aber unabhängig davon, auf welcher Position er gespielt hat, muss man unzufrieden sein mit Ayman Bakok. Denn seine Stärken hat er so gut wie gar nicht gezeigt. Und wirklich spielrische Elemente hat er auch nicht in unser Spiel implementiert. Ich erinnere mich da vor allen Dingen an das Spiel gegen Kaiserslautern. Das war katastrophal. Und dabei hatte er schon so viele vielversprechende Ansätze. Bei Eintracht Frankfurt, bei Mainz, bei Fortuna Düsseldorf hatte er damals immer wieder vielversprechende Ansätze gehabt. Und ist auch lange Zeit in der Bundesliga geblieben und hatte auch einiges an Bundesliga-Erfahrung. Aber jetzt der Schritt in die Zweitliga hat gezeigt, dass er nicht reif genug ist für die Bundesliga. Denn auch seine Zweitliga-Qualitäten werden hier teilweise in Frage gestellt. Und das ist absolut zu Recht. Die Laie hat einfach gezeigt, dass Ayman Bakok nichts zu uns passt. Und das ist sehr, sehr schade. Denn Bakok ist ein Spieler, man sieht durchaus die vielversprechenden Ansätze. Aber die Verletzungsproblematiken bei uns, dass er auf einmal auf der Sechs spielen musste, das war eben ein paar Umstände, die ihn nochmal etwas kleiner gemacht haben. Und man muss sagen, ja, eigentlich sah es ja so aus, als würden wir lange Zeit die Kooperation ziehen. Denn er hatte immerhin die ersten neun Spiele, wo er bereit war, auch gespielt für uns. Die Kooperation, die können wir auch noch rein theoretisch ziehen. Aber Hertha BSC wird die Kooperation nicht mehr ziehen. Nämlich ist die Kooperation keine klassische Kooperation, sondern eine Kaufflicht. Eine Kaufflicht, die nach einer bestimmten Anzahl von Einsätzen greift. Und die Anzahl der notwendigen Einsätze liegt bei 12 Pflichtspielen in der Startformation oder 15 normalen Pflichtspielen. Das heißt, Ayman Bakok muss bei 12 Spielen für Hertha BSC in der Startformation gestanden haben, damit die Kaufflicht greift. Jetzt aber hat die BILD, wie sie im neuesten Artikel berichtet haben, wohl erfahren, dass Hertha BSC die Kooperation bzw. die Kaufflicht nicht ziehen wird. Bakok muss im Sommer zurück zum ersten FSR Mainz 05, denn die Leistungen im blau-weißen Trikot waren einfach zu schwach. Und wie gesagt, ich verstehe das auch voll und ganz. Ich hätte gerne auch was anderes bei Ayman Bakok gehabt bzw. hätte mir gerne ein anderes Ende gewünscht. Aber man muss einfach sagen, seine Leistungen waren zu durchwachsen. Er hat in seinen neuen Spielen nicht eine Vorlage, nicht ein Tor erzielt, hatte kaum Einfluss auf unser Offensivspiel und irgendwie wirkten wir mit ihm im Mittelfeld noch starrer als zuvor. Und man muss eben sagen, wir haben am letzten Spieltag gegen Schalke 04 ganz genau gesehen, wer jetzt im Mittelfeld gesetzt ist. Auf der 10er Position ist Ibrahim Maser gesetzt und im Zentrum ist Dudzak neben Clemens gesetzt. Und sind alle drei fit, sind das auch meine Stammspieler, mit der wir in die restliche Saison rein starten sollen. Ayman Bakok ist einfach, so leider muss man das formulieren, zu schwach für uns gewesen. Und das, obwohl er ja von einem eigentlichen Bundesligisten kommt. Bakok würde für uns in der zweiten Liga, wenn wir die zwölf Einsätze erreichen, 600.000 Euro kosten. Für die Bundesliga sollten wir aussteigen, würde er übrigens 1,2 Millionen Euro kosten. Und ich denke, auch hier ist die Devise klar. Wir können uns keine Experimente, keine Fehler mehr bei den Transfers erlauben. Und wir sollten die 600.000 Euro, und das machen wir ja auch, an anderer Stelle investieren. Zumal man auch bei Ayman Bakok festhalten muss, dass Bakok schon ein relativ hohes Grundgehalt hat. Und dass wir uns auch dieses Gehalt nicht leisten können, wenn dort keine Leistungen kommen. Und das kommt in dieser Saison. Also in dieser Saison kamen ja wirklich keine Leistungen von Ayman Bakok. Von daher ist der Schritt verständlich, dass Hertha BSC die Kaup-Option nicht ziehen wird. Und ihn dementsprechend nicht noch drei weitere Spiele, beziehungsweise vier weitere Spiele in die Startformation setzt. Möglicherweise macht er von uns noch ein, zwei Einsätze. Er sitzt ja auf der Bank. Aber ich denke mal, man kann jetzt nicht mehr erwarten, dass Ayman Bakok in der Startformation stehen wird. Denn Dudziak, Clemens und Maser sind gesetzt. Und ganz im Ernst, ich bin sehr froh, dass wir die drei haben. Dudziak, ein feiner Techniker, Maser, einer der unser Spiel wirklich mal etwas unberechenbarer macht. Das, was ich mir von Bakok gewünscht hätte, zeigt Ibrahim Maser. Und der Junge ist ja seit 18 Jahren alt. Und Clemens, der ja ohnehin der Motor-Mittelfeld ist, ohne ihm, muss man jetzt sagen, würden wir deutlich schlechter dastehen. Und er ist so ein sicherer Rückhalt. Das hatte ich schon gestern im Video gesagt. Absolut top bei Passi Clemens. Da bin ich sehr zufrieden mit dir. Und ich muss sagen, lieber die drei, als halt eben so ein Leihspieler wie Ayman Bakok, für den wir jetzt noch im Sommer Geld ausgeben müssten. 600.000 Euro. Wir können uns keine Experimente mehr erlauben, was die Transfers angeht, sondern unsere Transfers müssen auch, wenn man mal auf unsere finanzielle Lage liegt, müssen die Transfers auch einfach sitzen. Jeder Transfer muss sitzen. Und ich denke mal, dort kann man mit 600.000 Euro definitiv etwas Besseres anfangen. Und da ich ja ohnehin gerade von Jeremy Duziak gesprochen habe, würde ich mal sagen, kommen wir dort auch zur nächsten News. Denn Jeremy Duziak steht wohl unmittelbar vor einer Vertragsverlehrung. Er fühlt sich in Berlin pudelwohl. Hat auch schon im letzten Interview zuletzt von der Familie Hertha BSC gesprochen, dass er sich hier wohlfühlt in Berlin. Und man muss auch eben sagen, die letzten Leistungen waren wirklich sehr, sehr gut. Vor allen Dingen das Spiel gegen Schalke 04, das war eine richtig gute Leistung von Duziak, wie er den ersten Treffer vorbereitet hat. Einfach überragend. Und da sieht man mal, ey, der Junge Duziak, der ist wirklich einer der unterschätztesten Spieler der zweiten Liga. Und der wäre sicherlich auf einem anderen Niveau unterwegs, wenn er nicht ständig verletzt wäre. Duziak steht wohl kurz vor einer Vertragsverlängerung. Und auch das wird höchstwahrscheinlich nur ein etwas kürzerer Vertrag sein, genauso wie in diesem Jahr. Aber in diesem Sommer hat man wirklich vieles richtig gemacht, als man Jeremy Duziak für ein Jahr verpflichtet hat. Wir hatten jetzt in der Rückrunde so oft Buchschalakis und Barker im Mittelfeld, das war auf einmal eine Augenweide, als da Jeremy Duziak aufgelaufen ist. Denn die machen unser Mittelfeld, also Duziak und Maser machen unser Mittelfeld unberechenbarer. Dass man vielleicht auch mal den ein oder anderen spielintelligenten Pass spielen kann. Dass man auch, ja, sage ich mal, technisch etwas mit dem Ball anfangen kann, mal ins Tempo geht. Jeremy Duziak, der geht einfach durch die Abwehr durch, als wäre es nichts, als wäre es gar nichts. Von daher bin ich sehr zufrieden mit Jeremy Duziak und eine Vertragsverlängerung steht hier wohl in Sicht. Das einzige Problem an Duziak ist halt eben die Verletzungsanfälligkeit. Er fehlt einfach mal zwischendrin für sechs, sieben Spiele und keiner weiß so richtig, warum. So, das ist halt so ein Problem. Er ist wahnsinnig verletzungsanfällig. Dementsprechend sollte man hier auch wieder einen kürzeren Vertrag anschauen, genauso wie im Sommer. Aber im Sommer hat man diesen Spieler verpflichtet und eigentlich ist er schon aus unserem Team, ja, der Spieler, der, wie ich finde, etwas unter dem Radar schwebt. Der wirklich eigentlich mit seiner Leistung Spiele mit entscheiden kann und gegen Schalke 04 war das definitiv der Fall. Defensiv hat dann Clemens hinter sich, der alles wegstaubsaugt und er selber kann offensiv einige Akzente setzen. Somit bin ich zufrieden mit Duziak und finde die Mittelfeldkombination. Und das habe ich heute schon ein paar Mal gesagt. Duziak, Maser, Clemens, besser als Barkok, Boucherlakis und Niederlechtner oder Previak. So, ich finde, dort kann sich etwas fangen und vor allen Dingen für die zukünftige Saison, wenn wir mal langsam in Richtung Aufstiegsambition blicken wollen, dann kann sich dort auch etwas entwickeln im Mittelfeld und dass dort endlich mal Automatismen entstehen. Aber dazu muss er erstmal verlängern. Wie gesagt, eine Verlängung steht im Raum und sollte auch relativ leicht klappen. Das Ganze schauen wir uns dann mal in den nächsten Wochen etwas genauer an, wenn dort vielleicht irgendwann mal etwas verkündet wird. An dieser Stelle würde ich sagen, das war es mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ganz gerne einen Like da. Vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren, damit ihr auch in Zukunft nichts mehr rund um Hertha BSC verpasst. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen und übermorgen wieder. Es gibt auch noch einen Vorbericht zum Nürnbergspiel die Woche. Das heißt, schaltet ganz gerne wieder ein. Ich wünsche euch noch einen traumhaften Tag. Genießt den Abend und ciao! Bis zum nächsten Mal.